Windenergie ist gut. Wirklich? Haben wir nicht schon genug Anlagen? Destabilisiert heute nicht jede zusätzliche Anlage das Stromnetz? Führt Windenergie nicht schon jetzt zu den höchsten Stromkosten Europas? Beeinträchtigt sie nicht die Gesundheit von Millionen Menschen? Kein Stress durch Lärm, Infraschall, Lichteffekte? Werden nicht jetzt schon zigtausende Vögel und Fledermäuse getötet? Wir glauben, es ist genug. Jede zusätzliche Windanlage heute ist eine zu viel. Was meinen Sie? Stop Windenergie Welschen Sie Cirche Vielen Dank.